zum rabbi isaak kam eines tages ein schuster und fragte rabbi sage mir wie ich mein morgengebet verrichten soll meine kunden sind arm sie besitzen nur ein paar schuhe und sie bringen sie am abend und ich arbeite die ganze nacht bis sie zur arbeit gehen deshalb sage mir wie soll ich denn mein morgengebet verrichten was hast du denn bisher gemacht fragte rabbi isaak manchmal bete ich gar nicht da fühle ich mich nicht wohl und mir fehlt etwas wenn ich dann die schuhe flicke höre ich mich seufzen wie unglücklich bin ich dass ich nicht einmal mein morgengebet verrichten kann der rabbi strich sich den bart und sagte mein lieber wenn ich gott wäre würde mir dein ehrlicher seufzer mehr wert sein als das gebet mit dieser rabbinischen geschichte begrüße ich sie zu einer andacht der kirchgemeinde dresden ost und gruner seidnitz mein name ist simone poling ich bin gemeindepädagogin der sonntag rogate fällt dieses jahr auf den 9 mai eigentlich gibt es zu rogate immer ein großes event der frauen arbeit das rogate frauen treffen eine begegnung mit frauen aus der region zu einem besonderen thema mit gottesdienst und gesprächen begegnungen mit lange nicht gesehenen gesichtern oder mit neuen bekanntschaften in welche form das in diesem jahr möglich ist wird sich an den hygienerestriktionen orientieren vorgesehen ist dass in dresden neustadt in der dreikönigskirche 19 uhr ein gemeindegottesdienst zum thema kriegerinnen richterinnen prophetinnen stattfindet im mittelpunkt steht die geschichte von drei frauen im buch der richter rogate betet laut oder leise gemeinsam oder mit anderen frei oder mit geprägten worten betet rogate ermutigung zu gebet und für bitte das gebet steht unter der verheißung des wochenspruchs gelobt sei gott der mein gebet nicht verwirft auch wenn es nur ein gebetsseufzer ist wie bei dem schuster der rat bei isaac suchte wie dürfen wir mit gott sprechen sollen wir die alten formeln benutzen texte seit jahrhunderten in gebetsbüchern gedruckt warum denn nicht sollen wir mit worten von heiligen und dichtern reden oder die heiligen schriften zitieren warum denn nicht vielleicht versteht gott ja latein viel besser oder dürfen wir auch mit worten kommen die sagen was unter unseren nägeln brennt die nicht immer druckreif sind warum denn nicht gott kennt dich und mich sieht hört empfindet was uns bewegt versuche lediglich ehrlich zu sein mit dir in deiner welt und somit mit gott notfalls macht es wie der schuster oder der bauer in der nächsten geschichte ein bauer war eines abends mit seinem karren auf dem weg nach hause da merkte er dass er sein gebets buch zu hause vergessen hatte zu allem unglück brach mitten im wald das rad seines wagens und betrübt stellte er fest dass dieser tag nun vergehen würde ohne dass er sein nachtgebet verrichtet hätte also begann er zu beten ich habe etwas sehr dummes getan heute früh bin ich ohne mein gebets buch von zu hause fortgegangen und ich habe ein so schlechtes gedächtnis dass ich kein einziges gebet auswendig sprechen kann deshalb werde ich fünfmal langsam das gesamte alphabet aufsagen und du der du ja alle gebete kennst kannst dir all die buchstaben neben neben und dir daraus die gebete machen an die ich mich nicht erinnern kann und so geschah es der bauer sagte fünf mal das alphabet auf und am abend sagte gott der dies gehört hatte zu seinen engeln zweifellos ist dies das schönste und beste gebet dass ich heute gehört habe weil es aus einem ehrlichen und einfachen herzen zu mir gesprochen wurde es segne dich der herr der dich erschaffen hat es behüte dich der sohn der für dich am kreuz gelitten hat es erleuchte dich der heilige geist der in dir lebt und wirkt amen bis zu uns wie ein vater der sein kind nie vergisst der trotz all seine grüße immer ansprechbar ist deine herrschaft soll kommen das was du bist geschehen auf der erde im himmel sollen alle es sind vater unser vater vater unser vater alle ihre reine vater unser vater vater unser vater bis ans ende der zeiten aber gibt uns das was wir brauchen gibt uns heute unser gut und vergeb uns den aufstand gegen dich und dein geburt Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. Vater, unser Vater, alle wir in deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfürchtung fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater, unser Vater, alle wir in deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!